Musik Es geht weiter hier auf der Innenbühne. Ein Thema, was viele von uns interessiert ist, wie ist es mit der Aufnahmetechnik, insbesondere mit dem Programm Reaper und darauf gesetzt Ultraschall. Viele versuchen sich daran, man hört immer, es wäre so einfach, es wäre so fantastisch. Ist es, kann ich bestätigen, aber mir ging es auch so und vielen von euch, ging es so oder wird es so gehen? Man braucht erstmal den ersten Einstieg. Wenn man die ersten Kniffe gelernt hat, dann ist es ein gigantisch tolles Programm. Diese Oberfläche Ultraschall ist von einem Team geschaffen worden, in dem Udo Sauer Mitglied ist und die haben also versucht, das zu programmieren, damit uns das Schneiden und Audio-Recording einfacher fällt. Und Udo wird uns jetzt also den Einstieg erleichtern und sicherlich später auch Fragen beantworten. Vorhang also auf für Udo und Ultraschall. Gut, hört man mich schon? Ja, wunderbar. Ich fange mal direkt an. Ultraschall gibt es jetzt mittlerweile in der Version 3.1. Wir sehen jetzt hier die Beta-Version. Die verhält sich aber im Prinzip so wie die normale 3.1, die ihr runterladen könnt. Bald kommt die 3.2. Aber wegen familiären Sachen und so verzögert sich das alles gerade, weil Ralf noch ein zweites Kind bekommen hat. Gut, ich dachte, ich erzähle heute mal nur so wirklich ganz einfache Dinge über die Bedienoberfläche. Wo sieht man welche Elemente? Was kann man machen? Zeigt nicht bis in die Tiefe, wie es geht, sondern eher so, was geht. Damit ihr alle mal gehört habt, ach, stimmt, das hat Udo mal erzählt, das geht. Und dann könnt ihr euch das selber angucken. Ob das gut funktioniert, werden wir dann sehen. Wenn man Ultraschall startet, kommt dieses Startbildschirm-Dingsi. Da gibt es drei Links. Einmal geht es zu Tutorials, dann zum Twitter-Account und in das User-Forum. Das ist dann das Sendegate und im Unterforum zu Ultraschall. Das sind eigentlich die drei Einsteigepunkte, die ihr benutzen könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Also die Tutorials sind lange Videos von Ralf. Auf Twitter kann man halt fragen, hier, ich habe folgendes Problem. Und meistens reagiert dann auch schnell jemand von uns. Und im Forum könnt ihr allgemein fragen und dann vielleicht andere Benutzer fragen, habt ihr schon mal das und das gemacht? Und irgendwer hat es dann meistens auch schon gemacht. Gut, dann fangen wir mal an. Ich mache mal Fullscreen wegen der Übersicht. So, Ultraschall, wenn man es startet, sieht erstmal ziemlich leer und aufgeräumt aus. Ich fange jetzt einfach mal an und gehe alle Bedienelemente, die es hier so gibt, durch und erzähle kurz, was die machen. Gut, also hier oben haben wir so ein Symbol mit einer Lupe in so zweieckigen Klammern. Das dient dazu, eine Übersicht über sein Projekt zu kriegen. Und zwar zoomen wir dann quasi ganz zurück und sehen alle Spuren von Anfang bis Ende. Seht ihr halt eure Schnitte und so weiter. Mache ich nachher nochmal, wenn da wirklich was ist. Aber das ist hier oben. Das ist auch relativ oben, weil es eine total wichtige Taste ist. Weil wenn man sich dann irgendwie reinzoomt und will wieder zurück, merkt euch einfach, oberster Knopf, zack, hat man wieder Übersicht. Der zweite Knopf ist der Follow-Mode. Das erzähle ich nachher nochmal in Ruhe. Dann gibt es hier vier sogenannte Views. Steht hier auch drüber. Views. Das sind Ansichten, die vordefiniert sind von uns. Der erste View ist dieser. Das ist der sogenannte Setup-View. Das ist der View, den man benutzen sollte. Von uns gedacht, wenn man vor der Aufnahme alles mögliche einstellen kann. Also das Setup macht. Und zwar sehen wir eigentlich derzeit nur hier unten die Routing-Matrix, wo ich halt steuern kann, auf welcher Spur kommen Signale an und auf welcher Spur gehen wo Signale hin und so weiter. Mache ich gleich auch nochmal in Ruhe. Der zweite View ist der Record-View. Der sieht dann so aus. Im Prinzip haben sich nur hier unten die beiden Fenster geändert. Und zwar sehen wir jetzt hier die große Uhr, die Ultra-Clock. Da sehen wir die aktuelle Uhrzeit und den Timecode des Projekts. Je nachdem, ob man Play, Stopp, Pause hat, färbt sich das auch noch ein. Und hier drüben haben wir die Liste mit den Markern. Da landen dann Kapitelmarken, Editmarken. Zeige ich gleich auch nochmal in Ruhe. Also diesen View soll man benutzen während der Aufnahme. Der dritte View ist der Edit-View. Das ist der View, in dem man arbeiten könnte. Also es ist sinnvoll, darin zu arbeiten, wenn man schneidet. Man sieht halt die Spuren. Man sieht hier unten die Kapitelmarken. Die Uhr sieht man jetzt nicht mehr, weil die braucht man nicht, während man schneidet. Und der unterste View hier unten mit dieser Sprechblase oder Gedankenblase, das ist der, wie heißt der offiziell, na, ich komme gerade nicht auf den Namen, Storyboard-View, glaube ich, genau. Da sieht man hier jetzt, hier rechts, ist noch ein neues Fenster dazugekommen. Das kann man benutzen, um sich Clips zu organisieren, Media-Files in Ordner zu tun. Das benutzt man dann, wenn man ein Hörspiel macht oder einen gebauten Beitrag, wo man vielleicht aus mehreren Interviews Teile zusammenschneiden möchte, dafür ist das dann sehr gut geeignet. Gut, ich gehe mal wieder in meinen ersten View hier zurück. Dann gibt es hier drüben vier Presets für Routing. Die lasse ich jetzt absichtlich mal aus, weil die nämlich standardmäßig gar nicht belegt sind. Die kann man sich selber belegen. Und da das kein Einstiegsthema ist, blende ich das hier mal aus. Aber ihr habt es mal gehört, hier kann man sich Routing-Presets speichern. Hier gibt es noch einen interessanten Knopf für Leute, die live senden wollen, während sie schon aufnehmen. Also zum Beispiel vorhin saßen wir da am Tisch und haben Kekse gegessen und das verpodcastet. Da hätten wir den Live-Knopf drücken können und dann öffnet sich ein Fenster von Studio-Link und dann kann man direkt Leuten den Link schicken und sagen, hier, wir streamen übrigens live. Ist aber auch kein Einsteiger-Thema, deshalb lasse ich das auch mal ein bisschen raus. Hier unten sind die vier Export-Tasten. Die sind natürlich auch für den Einstieg sehr spannend. Und zwar kann man hier vier Sachen machen. Der erste ist die Kapitelmarken exportieren. Ich weiß gar nicht, kann man eine Kapitelmarke setzen? Ich setze jetzt hier einfach mal zwei Kapitelmarken ins Nichts. Wenn ich jetzt hier drauf drücke... Achso, ja, 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 gut. Da kommt schon der erste... Das ist jetzt vielleicht ganz interessant, weil ich den Fehler jetzt sogar auch gemacht habe. Immer, wenn ihr ein Projekt neu anlegt, das Erste, was ihr machen solltet, immer speichert das Projekt ab und gebt ihm einen Namen und einen Ort, wo es liegt. Weil wenn ihr aufnehmt, landen in diesem Ordner, den ihr dann erstellt, auch die Audiodateien. Wenn ich aber erst speichere, nachdem ich schon aufgenommen habe, liegen die Audiodateien jetzt erst mal irgendwo. Wenn ihr den Computer ausmacht, findet ihr die nämlich nie wieder, weil die liegen irgendwo in Reaper, Preferences, Projects, weiß der Geier. Deshalb einmal am Mac Apfel S oder am PC Steuerung S oder oben im Menü Datei speichern. Ich speichere das jetzt hier mal einfach auf dem Desktop. Nenne das mal Testprojekt. Und hier unten, auch ganz interessant, gibt es einen Haken. Create Subdirectory for a Project. Das heißt, er legt jetzt gleich, wenn ich das angehakt habe, einen Ordner an, der Testprojekt heißt. Da drin landet dann diese Testprojekt-RPP-Datei. Das ist das Reaper-Projekt. Da drin landen auch alle möglichen anderen Sachen, die jetzt erst mal nicht so wichtig sind. Aber es ist sehr sinnvoll, sich immer für jedes Projekt einen eigenen Ordner zu machen. Und das kann man halt mit diesem Häkchen. So, jetzt hat das Projekt einen Namen. Jetzt steht es ja auch hier oben, Testprojekt. Und jetzt kann ich auch die Marker exportieren. Und zwar werden die exportiert in das Verzeichnis des Projekts automatisch. Das heißt, ich muss jetzt nicht sagen Export, Ordner suchen, sondern ich sage einfach nur, zack. Und jetzt kommen Fehlermeldungen. Weil ich keine Medien-Files habe, das machen wir gleich. Dann speichert er das aber ab. Dann gibt es eine Datei, die heißt chapters.text. Und da liegen dann einfach Kapitelmarken. Die kann man auch direkt dann bei PodLive zum Beispiel hochladen oder bei Aphonic. Die werden sofort erkannt. Man muss nichts formatieren, umwandeln. Das geht out of the box. Der zweite Knopf exportiert das Audio. Das zeige ich nachher noch ein bisschen ausführlicher. Dieser Knopf ist dann interessant, wenn man MP3-Dateien exportiert. Da kann man nämlich direkt in die MP3-Datei oder auch MVA an einem Mac Kapitelmarken in die Datei packen. Metadaten eingeben, ein Episoden-Image und kann dann diese MP3-Datei speichern und hat quasi diese Metadatenverwaltung schon in Ultraschall. Muss man nicht mit einem externen Tool machen, kann man aber natürlich. Und der Knopf hier unten, auch sehr praktisch. Denkt man immer nicht, aber der erste und der letzte Knopf, könnt ihr euch merken, die sind echt immer praktisch. Wenn ich diesen Knopf drücke, öffnet er den Finder und zeigt mir den Ordner von meinem Projekt an, nämlich mein Testprojekt. Und da sehen wir jetzt, hier ist meine Projektdatei und der leere Recordings-Ordner, wo wir später Aufnahmen drin laden. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir da? Ja, eine Frage aus dem Publikum. Warte mal, gleich mit dem Mikro, damit alle was hören. Sieht die Oberfläche in Microsoft genauso aus? Die sieht im Prinzip tatsächlich genauso aus, bis auf so, manchmal sind Zeichensätze ein bisschen anders, aber sieht auf dem PC genauso aus. Und dieses kleine blaue Ding, das da immer reinspringt, gehört das? Das ist hier einfach vom System irgendeine Meldung. Also das ist von mir. Okay, alles klar. Ich kann es auch mal versuchen. Irgendwer hat sich hier beschwert, dass irgendwas nicht geht. Ich mache es mal aus. Genau. Also jetzt sehen wir hier, wie gesagt, das leere Projekt. Jetzt habe ich diese Knöpfe anerzählt. Die hier oben kommen gleich. Jetzt müssen wir erstmal das Wichtigste machen. Wir brauchen Spuren. Also Reaper, wie andere Audioprogramme, sind spurenbasiert. Eine Spur ist immer entweder eine Monospur oder eine Stereospur. Es kann sogar eine 5.1- oder Mehrkanalspur sein. Das kommt aus der Zeit, wo es noch Magnetbänder gab. Da hat man ja auch eine Magnetspur, wo dann ein Mikrofon, ein Instrument drauf aufgenommen wird. Einen neuen Track erstellt man entweder in das Podcast-Menü. Und zwar gibt es dann hier, Moment. Insert and Arm New Audio Track. Oder Apfel-T am Mac, Steuerung T auf Windows. Wirklich mal drauf. Jetzt gehen wir direkt mal hin. Sorry. Ich mache aus. Jetzt sehen wir... War ich das? So, jetzt sehen wir hier, da flackert jetzt. Ich spreche und es flackert da. Das ist jetzt das Mikro, was hier in dem Laptop eingebaut ist. Ihr würdet natürlich... Also auch noch ein interessanter Fehler, der mir auch schon zigmal passiert ist. Man nimmt einen Podcast auf und denkt sich danach, wieso klingt denn das alles so schlecht? Oh, ich habe gar nicht das Mikro ausgewählt, was ich in den USB-Port gesteckt habe, sondern ich habe das Mikro ausgewählt, was in den Laptop eingebaut ist, wo ich vier Meter von weg saß. Und jetzt klingt das plötzlich alles total raumig. Und dann muss man den leider nochmal aufnehmen. Passiert. Also jetzt sehen wir mein Mikrofon vom Laptop. Sehen wir hier den Ausschlag. So eine Spur kann ich benennen, indem ich hier auf diese freie blaue Fläche klicke. Da kann ich jetzt einen Namen eingeben. Zum Beispiel Person 1. Ein anderer Weg, eine neue Spur anzuwählen, ist einfach hier in diesen leeren Bereich doppelt zu klicken. Jetzt habe ich hier auch noch einen Kanal. Dann schreibe ich hier rein. Keine Ahnung. Person 2. Dieser rote Punkt hier vorne gibt an, dass die Spur scharf geschaltet ist. Das heißt, dass wenn ich Aufnahme drücke, auf dieser Spur das Signal, was da reinkommt, auch wirklich aufgenommen wird. Das kommt auch aus dieser Musikszene. Da hat man es ja manchmal, dass ich, ich habe ein Schlagzeug, der ist schon aufgenommen, jetzt kommt der Gitarrist und soll da drüber spielen. Das heißt, ich mache dann die Spur vom Gitarristen scharf, indem ich dieses rote Kreuz da, also einen Kreis anmache. Und das vom Schlagzeug lasse ich dunkel, drücke dann Rekord, dann spielt er das Schlagzeug ab und der Gitarrist kann dazu spielen. Beim Podcast brauchen wir das eigentlich nicht. Deshalb achtet einfach drauf, wenn ihr Aufnahme drückt, dass diese Punkte an sind. Ich glaube, in der neuen Version ist auch vorgesehen, dass dann eine Warnung kommt, wenn man einen nicht anhat, kann aber sagen, dass das schon in der ist. Nö, ist noch nicht. Also da prüfen wir dann auch und sagen, hey, da ist nur eine Spur an. Bist du sicher, dass du das jetzt aufnehmen möchtest? Und dann kann man halt Ja drücken. Gut. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verrückt gegriffen. Nicht die Spur. Also wir legen Spuren an für jeden Eingang, den wir aufnehmen wollen. Beim Podcasten sind das üblicherweise Mikrofone. Ich lasse das jetzt mit Studio Link, also Leuten, die weit weg irgendwo anders in Köln sitzen und auch so ein Programm benutzen, ist es erstmal weg. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir nehmen lokal auf, sagen wir mal mit zwei Personen. Das heißt, ich würde das so konfigurieren. Oben ist Person 1, unten ist Person 2. Ich lösche auch nochmal die Kapitelmarken von vorhin. Wegen der Übersicht. So. Dann gewöhnt euch an, ist auch immer ganz gut, ans Ende des Projektes zu springen mit der Ende-Taste. In diesem Fall ist das Ende des Projektes ganz vorne. Und dann, wenn ihr auf die Aufnahme starten wollt, achtet darauf, dass hier die beiden roten Punkte leuchten. Und dann drückt ihr hier oben auf den Aufnahmeknopf. Und jetzt sehen wir hier, hier oben leuchtet rot, hier läuft die Zeit. Man sieht hier, dass die hier Audiosignale reinkommen. Da bilden sich diese Wellenformen. Hier unten wird auch nochmal angezeigt, dass wir aufnehmen. Schon 14 Sekunden. Und hier ist auch nochmal die Uhrzeit. Hier unten sehen wir jetzt den Mixer. Da sehen wir auch nochmal die beiden Input-Quellen. Bitte. Eine Frage. Hier eine Frage aus dem Publikum. Bitte mal das Mikro. Hallo. Peinliche Frage, aber mir ist es doch, vielleicht, oder auch nicht, öfter passiert. Kannst du ganz kurz nochmal die Routing-Matrix zeigen? Ja. Nur, weil das ist ja der Schritt, wo es schon funktioniert. Ja, ja. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich, äh, ich gehe mal in die, also wir gehen mal in diese, hier bei dem View, in den ersten, den Setup-View. Da sehen wir jetzt hier die Routing-Matrix. Ich versuche jetzt mal in wenigen Worten die Routing-Matrix zu erklären. Das Lustige ist, das Lustige ist, in der nächsten Version gibt es die nicht mehr. Bald. So, ich versuche es trotzdem zu erklären. Das ist jetzt übrigens schon eine neuere Reaper-Version, deshalb ist das hier bunt. Eigentlich ist das nicht bunt, aber das ist egal. Die Routing-Matrix besteht aus zwei Teilen. Einmal steht hier auch dran, Source, also hier stehen die Quellen, also die Dinge, die Ton produzieren. Und hier drüben, oben, also das sind diese, die hochkant stehen, das sind die Destinations, die Ziele, da wo Audio hingehen kann. Audio hingehen kann, auf einen Lautsprecher, auf die Master-Spur und so weiter. Wer schnarche ich denn da eigentlich so? Hammer. Gut. Jetzt haben wir hier unsere Quellen. Die erste Quelle ist der sogenannte Master-Output. Das kommt auch wieder aus der Musik- oder Mischpult-Technik. Jedes Mischpult hat immer einen Master-Regler, das ist meistens eine Stereo-Spur. Also das ist das, was jetzt hier in diesem Mischpult dieses Ding hier ist. Das ist von allen Einzelspuren der Mix. Also das, was später auf die Lautsprecher geht. Sprich, der ist im Default an? Der ist im Default an. Nein, da ist natürlich, nee, nee, der ist nicht an, kommt gleich. Hier ist aber erstmal ein X, weil der Master-Out kann nicht auf den Master-Out, deshalb sind hier in der Diagonalen alles ausge-Xt. Also ich kann nicht den Master zu sich selber schicken, weil es gäbe ja eine Rückkopplung. Macht auch keinen Sinn. Der Master-Output ist jetzt in der Standard-Konfiguration so eingestellt, nämlich hier. Also dieses Symbol hier, diese weißen Striche zeigen an, dass der Master auf den Output 1 von meinem Audio-Interface geht. Das heißt, wenn ich Play drücke, höre ich es auf meinem Lautsprecher. Machen wir das einfach mal. Ich mache mal hier unscharf. Ich drücke jetzt mal Play. Hier unten wird auch nochmal angezeigt, dass wir aufnehmen. Das haben wir gerade aufgenommen. Jetzt mache ich dieses Häkchen hier mal weg. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Alt-Taste gedrückt halten und klicken, ist es weg. Oder nochmal draufklicken und dann hier oben auf Delete. Und dann geht es auch. Jetzt ist es weg. Jetzt drücke ich nochmal Play. Jetzt hören wir nichts mehr. Weil der Stereo-Ausgang geht nicht mehr auf mein Output. Mache ich ihn an. Hören wir wieder was. Das ist im Prinzip alles in der Routing-Matrix. Ich habe eine Quelle, die geht irgendwo hin. Ich habe noch eine Quelle, die geht auch irgendwo hin. Und ich muss mir halt überlegen, anhand von Logik, was ich will, wo soll es hingehen. Jetzt gehen wir mal durch, wie es normalerweise ist. Mein Master geht auf den Lautsprecher. Meine Person 1 wird gemischt auf den Master. Deshalb ist hier das weiße Rechteck. Person 2 geht auch auf den Master. Die gehen beide auf den Master, werden zusammen gemischt. Master geht auf die Lautsprecher. Ist eigentlich logisch, oder? So, ich könnte auch das hier mal wegmachen. Alles. Und jetzt sagen Person 1 geht auf den linken Lautsprecher. Person 2 geht auf den rechten Lautsprecher. Jetzt verschiebe ich das mal hier, dass die sich unterscheiden. So, wenn das jetzt hier Stereo sein sollte, hören wir jetzt auf dem einen Lautsprecher. Da hört ihr mich jetzt und da was anderes von mir. Kann man auch, wenn man das aus irgendwelchen Gründen will. So, und die meisten Anfängerfehler in der Routing-Matrix sind ja meistens, wenn man Studio-Link noch benutzt, oder? Da muss ich dann denken, okay, Sprecher 1 soll auf die Stereospur und zu Studio-Link, damit der in Köln mich hört. Oder die in Köln. Das ist standardmäßig aber nicht an. Das heißt, ich muss definieren, wen hört mein Studio-Link-Partner oder Partnerin. Und dann sage ich natürlich meistens, Person 1, Person 2, Person 3, Person 4. Es könnte aber auch sein, dass es eine Person gibt oder eine Spur, die nicht nach Köln soll. Bei einer Quizshow der Regisseur. Oder ein, keine Ahnung, ein Techniker, der reinsprechen kann und sagen, der Ton ist zu laut, mach mal leiser. Das sollen die Leute nicht hören, das soll vielleicht nur der Mischer hören oder so. Solche Späßchen könnte man da auch machen. Aber wir sind ja für den Einstieg. Das heißt, im Einstieg ist es so, der Master geht auf das Audio-Interface, Person 1 geht auf den Mix, Person 2 geht auf den Mix. Hätte ich jetzt, machen wir mal, wir machen jetzt hier einen Studio-Link. Jetzt springt es da unten wieder, können wir das ausschalten. Ich mache einfach mal das WLAN aus. Ich füge jetzt mal eine Studio-Link-Spur dazu, das mache ich auch über das Podcast-Menü. Sowieso solltet ihr euch alles merken, wenn ihr irgendwas machen wollt. Guckt immer erst mal im Podcast-Menü, weil alle wichtigen Sachen sind im Podcast-Menü. Das Podcast-Menü ist euer Freund. Und zwar auch in der Reihenfolge, wie wir einen Standard-Podcast sehen. Das heißt, ich habe erst mal ein Setup, Aufnahme, Produktion, Export und noch gemischtes. So, wir legen eine neue Spur an. Inset Studio-Link oder Soundboard-Track und da sagen wir Inset Studio-Link-Track. Jetzt haben wir hier einen Track Studio-Link. Jetzt geht hier der Browser auf mit der Studio-Link-Oberfläche. Und jetzt sehen wir in der Routing-Matrix bei Studio-Link, das ist hier das Gelbe, da geht jetzt nichts hin zu Studio-Link. Person 1 geht nicht hin, Person 2 geht nicht hin, Studio-Link selber kann sowieso nicht. Jetzt will ich aber, dass unser Partner oder Partnerin in Köln die beiden hört, also muss ich hier diese beiden Dinge anklicken. Also ich lege einfach nur fest, von oben nach unten, was hört Studio-Link-Empfänger, Empfängerin und macht die Häkchen. Mehr ist es im Prinzip nicht. Und klar, es gibt dann dieses Cheat-Sheet, wo einfach jemand das aufgemalt hat, für eine Person, für zwei Personen, für drei Personen, kann man auch machen. Aber wenn man sich einmal damit beschäftigt und es verstanden hat und man so auch Stress hat, dann denkt man kurz nach, ah Moment, ich muss hier nur gucken. Quelle, Ziel, Quelle, Ziel, Quelle, Ziel, so viele Kombinationen gibt es auch nicht und dann geht es meistens auch schon. Aber wie gesagt, in der nächsten Version fällt das weg, die gibt es zwar dann immer noch, aber die brauchen wir nicht mehr, weil das System alles automatisch erkennen wird. Außer bei natürlich Spezial-Sachen, aber so. Dann. Okay, das ist die Routing-Matrix, das haben wir doch komplizierte Sachen gemacht. Ich lösche mal die Studio-Link-Spur wieder. So, jetzt haben wir aufgenommen und jetzt geht es daran, das zu schneiden. Also wir haben jetzt einen Laber-Podcast aufgenommen, zwei Leute quatschen miteinander, Klassiker, Interview. Es gab keine Toneinspieler. Später soll vielleicht noch ein Intro davor und ein Outro. Und ich will es jetzt schneiden. Noch mal ein paar Begrifflichkeiten vielleicht. So ein Ding hier. Also so ein Stück Audio in einer Spur bezeichnet Reaper intern als Item. Also das ist ein Item. Wenn ich jetzt von einem Item spreche, meine ich immer ein Stück Ton. Ich kann ein Item auch trennen mit der Taste S. Jetzt habe ich zwei Items. Ich kann das auch jederzeit hier wieder anfassen und auftrimmen. Also es ist nicht weg. Und zwar bis an seine Grenze. Dann sieht man hier, ist jetzt nichts. Das rastet dann auch ein. Man kann Dinge mit Items tun und man kann Dinge mit Spuren tun. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ich kann einen Hall-Effekt auf die ganze Spur legen. Ich kann aber auch einen Hall-Effekt nur auf ein Item legen. Wenn man es braucht. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, ich habe einen Hörspiel-Podcast. Und die wechseln mal die Szenerie von draußen auf der Straße in die hallige Höhle. Kann ich jetzt überlegen, okay, der spricht eh nur einen Satz in der Höhle. Dann nehme ich das Item, wo er in der Höhle ist. Leg einen Hall noch mit drauf. Fertig. Ich könnte aber auch sagen, ich mache zwei Spuren. Person 1 normal. Person 1 in der Höhle. Je nach Anwendungsfall. Wenn man natürlich für jeden dann eine Spur neu macht. Die Höhlen-Spur kriegt man halt doppelt so viele Spuren. Beim anderen sieht man ein Item. Also das ist ein Item. Bin ich das? Oder das Funk-Mikro wahrscheinlich? Gut, hört man mich noch? Spur-Item. Genau. Die Tracks. Also das hier links sind ja die Tracks. Wenn ihr seht, wenn ich den markiere da oben, wird der hellgrau. Und hier im Mixer auch. Also das hängt zusammen. Das ist eine Spur und das ist der Regler für diese Spur. Da kann man jetzt auch wieder mehrere Sachen machen. Erstmal hat man hier diese M und S-Knopf. Das M heißt Mute. Wenn ich den drücke, höre ich die Spur nicht. Drücke ich es weg. Hier höre ich wieder was. Und dann gibt es noch den Solo-Knopf. Da mutet er alle anderen. Also ich höre Solo. Ich höre diese Spur alleine. Das heißt, wenn ich jetzt hier Play mache, höre ich nur den einen. Wenn ich den Solo weg mache, höre ich mich doppelt. Das ist dann immer praktisch, wenn man mal kurz zwei Leute quatschen übereinander. Und ich will hören, was sagt der eine da? Dann mache ich Solo. Hören mir das in Ruhe an. Dann merke, ah, da quatscht er nur, fällt dem anderen ins Wort, bricht dann aber sofort ab. Kann ich also rausschneiden. Dann ist es verständlicher, was es ist. Es kann aber auch sein, dass der andere ihm ins Wort fällt und dann auch abbricht, weil er merkt, der andere spricht. Dann schneide ich halt den weg. Und um beide einmal in Ruhe zu hören, kann ich dann entweder sagen, ich mute den einen, höre den anderen. Oder ich sage, ich höre jetzt bitte nur den. Dann vielleicht nochmal da unten zu diesem... Also generell, achso, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. In Reaper gibt es oft Sachen, also wenn ich diese Spur ganz klein mache, dann seht ihr das, oder die Größe hier ändern, seht ihr, dass sich die Bedienelemente ändern. Da kommen welche hinzu oder gehen weg. Das heißt, wenn ich wenig Platz habe, sehe ich nur das Wichtigste. Nehme ich den Regler und das war's. Ach, ist sehr gut. Gut, ich mache mal gerade diese VPN aus, dass diese blöde Meldung da nicht immer aufploppt. Ja, ja. So. Entschuldigung. Weiter geht's. Wenn ich's groß mache, indem ich hier anfasse und das hochziehe, sehe ich mehr Regler. Jetzt gibt's hier noch dieses Master Input Output. Ich sehe hier noch einen Knopf für die Envelopes. Das ist jetzt aber alles so Zeug, was man eigentlich nicht braucht. Wenn man's aber mal braucht und man denkt, hä, Udo hat doch damals gezeigt, da gibt's noch den und den Knopf. Ändert mal die Größe oder auch die Breite von so einen Fenstern, dann seht ihr immer noch neue Sachen. Das gilt auch hier in der Breite, kann man die ja auch verschieben. So, wenn ich das jetzt zu schmal mache, dann ist die Routing-Matrix halt, seht ihr da, dann ist die nicht da. Das heißt, wenn ihr euch denkt, hä, wieso ist die Routing-Matrix nicht da, macht sie einfach mal breiter, dann ist sie auch da. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier oben die Knöpfe noch durch. Diese Knöpfe hier oben betreffen die Timeline. Also noch ein Begriff. Timeline ist diese Zeitleiste. Ich sehe hier Zeit und Spuren. Hier oben steht auch immer der Timecode. Also hier ist 0 Minuten, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Millisekunden und hier hinten sind halt 6 Minuten. Jetzt kann ich auch diese Lupe noch mal zeigen, was ich vorhin sagte, der erste Taste. Und wenn ich die jetzt drücke, sehe ich mein ganzes Projekt auf einen Blick. Ich zeige es nochmal an einem anderen. Da sieht man das dann auch gut, bei etwas komplexeren Projekten. Ich starte mal ein zweites Reaper. Das ist eine Folge Akte Aurora. So sieht man halt das ganze Projekt. Und wenn ich reinzoome, mit hoch und runter kann man zoomen, sieht man halt hier das Einzelne. Und wenn man dann zurück will, um sich Übersicht zu verschaffen, zack, sieht man wieder, wo man ist. Gut. Das ist dieser Knopf. Dieser Knopf ist der sogenannte Follow-Mode. Der macht folgendes. Wenn ich so reingezoomt bin und ich drücke Play, dann seht ihr jetzt, der Cursor bleibt in der Mitte stehen, wie so ein Tonkopf bei einem Magnetband. Und die Timeline läuft wie ein Magnetband unter dem Kopf durch. Was ich aber auch machen kann ist, wenn ich weit genug zurückgezoomt bin, dann bewegt sich jetzt der blaue Strich. Hier unten sehen wir jetzt den... Also mein Tonkopf. Und das Band bleibt stehen. Man kann dieses Verhalten mit diesem Follow-Mode umschalten. Wenn der nicht leuchtet, bewegt sich der Tonkopf. Für den Wichser. Das sehen wir auch nochmal. Und der ist jetzt weg. Jetzt sehen wir hier... Der ist jetzt da rechts. Bitte. Wenn ich aber immer sehen will, wo der ist, mache ich diesen Follow-Mode hier oben an. Entweder mit diesem Häkchen. Oder der Tastenkommission Steuerung F beim PC oder Apfel F. Oder wie heißt es beim Mac jetzt? Command F beim Mac. Bitte. Jetzt läuft das... Wo läuft es vor uns? Hier läuft... Jetzt machen wir den Ton aus. Jetzt läuft das Ding mit. Drücke ich jetzt den Knopf. Bleibt mein Band stehen. Und der Cursor läuft. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn ich eine Aufnahme mache, will ich ja eigentlich immer sehen, was nehme ich gerade auf? Ist da noch Signal? Es kann aber auch sein, dass ich während der Aufnahme 10 Minuten zurückspulen möchte. Um da einen Marker hinzusetzen. Dann mache ich kurz den Follow-Mode aus. Spule 10 Sekunden oder 10 Minuten zurück. Mach da irgendwas. Mach den Follow-Mode wieder an. Springt ans Ende. Ich sehe, wie ihr wieder aufnimmt. Dafür ist das sehr praktisch. Genau. Das ist der Knopf noch von vorhin. Gut. Dann gehen wir mal hier oben die... Jetzt kommen wir zum Schnitt. Also wir haben jetzt aufgenommen. Gibt es da jetzt schon mal Fragen zu? Zu dem Thema Oberfläche, Tasten? Gibt es nicht. Gut. Es gibt, ähm... Wie fangen wir am besten an? Wenn ich ein Musikstück aufnehme... Lagen wir mal, wir haben einen Schlagzeuger. Der soll jetzt 10 Minuten einen Takt spielen. Der ist ja kein Uhrwerk. Der spielt nie perfekt synchron. Sondern der wird sich... Keine Ahnung. Ab und zu wird mal ein Schlag schief sitzen. Jetzt kann es sein, dass ich das schneiden möchte. Und dann schneide ich mir so einen raus. Schiebe das 5 Millisekunden nach links und rechts. Dann muss ich quasi frei sein in meinem... Also ich will nur aus einer Spur ein Ding verschieben. Das ist dann der Modus, wenn hier oben nichts an ist. Es gibt aber auch diesen Modus zum Beispiel. Das ist dann der Ripple... Ripple All Track. Das heißt, wenn ich irgendwas schneide, in dieser Spur... Also ich markiere jetzt mal mit der Taste I und der Taste O ein In- und ein Out-Punkt. Das ist hier ein Stück Zeit markiert. Und, ähm... Wenn ich dieses Stück jetzt rausschneide, mit der Taste Apfel X oder Control X, dann sehe ich, er schneidet in allen Spuren. Das heißt, die bleiben danach synchron. Und wenn ich hier oben jetzt was verschiebe, wenn dieser Modus an ist, Moment, dann schiebt er alle Spuren dahinter auch mit, die dahinter sind. Das heißt, die Synchronität bleibt gleich. Ich kann jetzt hier Platz machen fürs Intro. Jetzt kann ich hier mein Intro reinschneiden. Er schiebt den Rest aber immer mit. Das heißt, die beiden sind untereinander synchron, weil wenn das der Interviewer und sein Partner oder Partnerin sind, will ich ja Frage-Antwort, Frage-Antwort und nicht Frage-Stille-Irgendeine-Antwort, die sollen gleich bleiben. Da ist eine Frage aus dem Publikum hinter dir. Genau dazu eine Frage. Jetzt hast du es gerade so schön vorgeführt. Der Chapter-Marker ist vorne geblieben. Ja. Gibt es irgendeine total geile Methode, wie man diese Chapter-Marker an eine Spur docken kann? Jein. Pass auf. Das wäre nämlich total hilfreich. Ja, ja, ja. Das ist so eins meiner Standardprobleme. Also wenn du, ich will... Ich habe dort eins. Okay, pass auf. Wir fangen nochmal an. Ich schiebe... Also wir haben jetzt hier... So. Jetzt haben wir hier einen Marker. Da oben, die Eins. Schreiben wir mal einen Text dran, dann sieht man es noch schöner. Ein Marker. So, und hier hinten ist noch einer. Marker 2. So. Wenn ich das jetzt verschiebe, hast du recht. Nee, Moment. Dann verschieben sich die Marker sogar mit. Wenn du im Ripple-Modus bist. Wenn du den All-Ripple-Schnupsi nicht anhast, dann nicht. Das heißt, du könntest mal probieren, ob es da dran liegt, dass du diesen Ripple-Modus nicht anhast. Eigentlich geht es aber. Wenn ich das hier auch lösche und rausnehme, zack, schiebt der den Marker auch rüber. Also eigentlich werden Marker schon, wenn du mit diesem Ripple-Modus arbeitest und aus allen oder einer Spur was wegnimmst, wird der eigentlich mitverschoben. Aber du kannst jetzt nicht sagen, Spur 1 hat Marker, Spur 2 hat Marker. Das gibt es so nicht. Ich wüsste auch nicht, warum man das wollen würde. Wenn du mir das glaubhaft erklären kannst, dass du das wirklich brauchst, dann könnte man natürlich darüber nachdenken, ob man sowas mal einbaut. Mikro nochmal? Weil ich zum Beispiel mehrere Gespräche oder Gesprächsteile mit unterschiedlichen Leuten hintereinander habe und manchmal dann halt einfach doch ein Teil nach vorne ziehe. Ja. Beispielsweise. Du benennst dir die, indem du deinen Marker ranmachst und sagst, hier sagt Herr Müller Hallo. Sowas? Sowas in der Art. Dann würde ich nicht mit Markern arbeiten, sondern mit diesem Storyboard-View. Da kannst du dir nämlich zu jedem Item einen Kommentar einfach dahinter schreiben. Hier sagt Herr Müller Hallo. Und dann sortierst du nach Alphabet oder tippst unten Müller ein und zeig dir alle Items mit Müller. Also ich glaube, das, was du haben willst, brauchst du gar nicht, weil es anders eleganter geht. Glaube ich. Schauen wir mal. Können wir uns gerne gleich nochmal hinsetzen, dann erklärst du mir genau, was du vorst. Aber ich glaube, dass die Lösung deines Problems ein anderer Arbeitsschritt ist. Gut. Das war dieser Ripple-Modus. Achso, was man übrigens auch machen kann, man kann natürlich Items in den Spuren verschieben. Also die sind nicht an eine Spur gebunden. Haben wir eigentlich noch Zeit? Das wird eng, ne? 45 habe ich, glaube ich. Okay. Okay, dann gehen wir nochmal schnell die Dinger hier durch. Also dieses Ripple-Ding kann ich entweder pro Track machen. Jetzt habe ich nur hier oben die Spur. Oder ich mache es über alle Tracks. Dann mache ich das auf allen. Gut. Probiert es einfach mal aus. Das ist eigentlich, wenn man das anmacht, sieht man es sofort. Ah, okay, alles klar. Das ist total intuitiv, wenn man es mal benutzt. Dann habe ich hier noch eine Taste Set Marker. Daneben Set Edit Marker. Das ist auch mit Tasten belegt. Steht hier auch in Klammern. Hier ist Taste M. Hier ist Taste E. Kleiner Tipp. Gewöhnt euch an, Steuerung dazu zu drücken. Also wenn ihr einen Marker machen wollt, kann man entweder M drücken. Ich kann aber auch Steuerung M drücken. Oder Apfel M am Mac. Der Vorteil, wenn man Steuerung drückt, ist, wenn man zum Beispiel hier unten in dem Fenster ist und gerade einen Marker schreibt. La 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 la. Und will jetzt, jetzt ist der Fokus hier unten auf dem Fenster. Wenn ich jetzt ein M drücke, passiert da oben gar nichts, weil ich nämlich jetzt zum Buchstabe, nee, Moment, ist natürlich doch. So, wenn ich jetzt hier M, dann tippt er halt ein M. Wenn ich aber Steuerung M mache, macht er, ah, Vorführeffekt. Nee, genau. Besser geht es bei einem Effekt. Ich mache mal einen Effekt. So. Nehmen wir mal an, ihr seid hier unten in diesem Effektfenster und wollt jetzt aber, da oben läuft es. Huch. Nein, das habt ihr nicht gesehen. Ich drücke Play mit der Space-Taste. Und ihr wollt jetzt da oben einen Marker setzen, seid aber hier unten in dem Fenster. Wenn ich jetzt M drücke, geht es auch. Warum geht es denn das jetzt? Okay, Vorführeffekt. Vergess, was ist. Also, Apfel M ist manchmal besser, weil Reaper manchmal ein Fenster auf hat und dann landet das M, der Befehl, in dem Fenster und das Fenster denkt dann, ah, M, mache ich das und das. Ihr wollt aber eigentlich einen Marker setzen und Steuerung M geht global, geht immer. Feinheit. Aber es könntet euch, könntet ihr mal gebrauchen. Gut, das sind die beiden Marker. Die gibt es auch hier oben. Das heißt, wenn ihr überlegt, welche Tasten muss man noch für einen Marker? Nein, das gibt es da. Also, es ist immer alles, geht mit Mausklick und dahinter steht dann auch welche Taste. Dann gibt es hier eine Taste Split Item at Cursor Position. Das heißt, wenn wir hier dieses Item haben und ich möchte das hier teilen, dann klicke ich da hin. Jetzt ist hier das Item markiert, in dem es hier diesen goldenen Rand hat. Da steht der Cursor. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, wenn ich hier drauf drücke, was das gleiche ist wie die Taste S, zerschneidet er die beiden und markiert den rechten. Das kann man zum Beispiel dann auch gut nehmen, wenn man von etwas was abschneiden will. Dann geht man halt an die Stelle. Das alles rechts davon soll weg. Drückt man S, Backspace ist es weg. Dann gibt es diese Funktion, das ist auch sehr spannend. Das ist der, dieser Knopf verändert das Verhalten, was passiert, wenn man mit der Maus klickt und zieht. Wenn ich jetzt hier klicke, markiere ich das und wenn ich ziehe, verschiebe ich das. Mache ich diesen Modus an und mache jetzt hier den Cursor drauf, dann verschiebe ich nicht das Objekt, sondern markiere auf der Spur. Und das Item. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn man einen Podcast hat, Standard-Laber-Podcast, sage ich jetzt mal, zwei Leute quatschen oder N-Leute quatschen, einer erzählt, der andere reußbelt sich, isst Erdmüsse, gießt sich Wasser ein, im Hintergrund fährt ein Feuerwehrauto am Fenster vorbei. Dann will ich den muten an der Stelle oder das sogar rausschneiden. Wir simulieren das mal. Also wir haben hier unsere beiden Leute. Jetzt sagen wir mal, dieses hier, dieser Bereich, ist ein Reusperer. Der soll stillgemacht werden. Dann gehe ich in diesen Modus, markiere den Reusperer. Jetzt seht ihr, jetzt ist diese Zeitmarkierung ausgewählt auf diesem Item. Jetzt kann ich die Taste am PC-Steuerung Y drücken und am Mac Command Y. Was jetzt passiert ist, es wird hier eine sogenannte Mute-Spur aufgemacht. Jetzt wird hier angezeigt, in diesem Bereich wird die Lautstärke auf 0 gesetzt und danach wieder hoch. Das heißt, dieses Ding hört man jetzt nicht mehr. Ich habe es aber nicht rausgeschnitten. Das ist noch da. Wenn ich jetzt merke, will ich doch nicht, kann ich hier auch wieder hingehen und das hochschieben. Jetzt hört man es wieder. Hat aber den Vorteil, jetzt kommt nämlich gleich die nächste gute Taste, wenn ich jetzt diesen Bereich habe, hier ist ein Hustenanfall. Der eine hat einen Hustenanfall oder lässt die Katze rein oder was weiß ich und es soll jetzt weg, dieses Stück, und zwar auf allen Spuren. Dann markiere ich auch diesen Bereich und drücke STRG X. Dann habe ich es rausgeschnitten, will ich aber nur auf einer Spur was weg machen, indem ich es stumm mache, nehme ich diesen Mausmodus und drücke STRG Y. Dadurch, dass die beiden Tasten nebeneinander sind, kann ich eigentlich die ganze Zeit mit meinem einen Finger auf der Steuerungstaste bleiben und mit dem anderen dann X oder Y drücken und mit der Maus mache ich immer nur Markier, Klack, Markier, Klack. Entweder alle weg oder nur bei einem Stück weg. Und so habe ich meinen Standard-Podcast in Windeseile gemutet und gelöscht. Achso, Vorhören mit P. Genau, auch noch eine gute Funktion. Wenn ihr einen Schnitt simulieren wollt, bevor ihr ihn macht, also es gibt natürlich, ich will jetzt hier einen Husten wegschneiden oder ein Wort, wird geflucht oder was. Ich will dieses Wort weghaben. Warte mal, ich mache mir das mal da hinten irgendwo. Wo ist nochmal aus? So. Na komm. Also. Können Sie ganz kurz nochmal die Mutingmatrix zeigen? Ja. So, da sage ich Ja. Ja. Das Ja soll weg. Der Fluss vom Satz soll aber gut bleiben. Oder, das ist auch super geil für Ams. Gestern war ich im Supermarkt. Manchmal ist es cool, das drin zu lassen, weil man dadurch betont, die Person hat gerade nachgedacht. Meistens ist es aber nicht, weil man nachdenkt, sondern weil man nervös ist. Und das macht man unbewusst immer so. Wenn man das Am weg haben will, kann ich das halt wie eben beschrieben mit diesem Modus. Ich markiere das. Drücke Steuerung X. Jetzt ist das Am weg. Das Timing ändert sich dann aber, je nachdem, ob ich nachher noch Stille mitnehme. Und entweder habe ich jetzt plötzlich den, der Satz ist dann nicht mehr rund. Wenn ich 50 Millisekunden mehr oder weniger nehme und um das zu simulieren, kann ich die Taste P wie Preview drücken. Dann simuliert er den Schnitt, indem er davor abspielt. Zack. Das jetzt überspringt. Das heißt, ich drücke P, höre mir das an, denke mir, war nicht schön, hinten muss mehr noch weg. Und jetzt kommt der Knüller. Jetzt gibt es unten auf der Tastatur vier Tasten, die nebeneinander liegen. Und zwar größer, kleiner und Y. Und rechts daneben X und C. Mit X und C verschiebe ich den Outpunkt. Ich drücke jetzt C. Jetzt seht ihr, der rechte bewegt sich in die andere Taste der linke. Jetzt kann ich hier super mit ein paar Tasten drücken die Stelle finden. Und mit den anderen beiden Tasten schiebe ich den vorderen. Und ich kann sogar mit allen vier gleichzeitig arbeiten. Ja, so. Und wenn ich dann meine, das ist es, drücke ich P. Zack, er überspringt. Und jetzt kommt der Knüller. Wenn ich P gedrückt habe, er ist drüber. Dann merke ich, ah, Out stimmt nicht. Drücke ich es nochmal. Und der macht es dann quasi endlos. Das mache ich also so lange, bis es perfekt ist. Ah, so, super. Steuerung X, Schnitt fertig. Das heißt, ich muss nicht ständig Schnitt simulieren, Ah, war nicht richtig. Apfel Z oder Steuerung Z. Nochmal, nochmal, nochmal. Sondern ich kann, während es spielt, quasi diesen In- und Out-Punkt immer verschieben. Gibt es nicht. Und er macht es dann nochmal. Ah, nee, das Mord muss auch noch weg. Schieb, 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 schieb. So. Und dann springt er immer drüber. Also guckt euch das mal an. Das ist auch super im Sendegate irgendwo beschrieben. Dieser Tremodus. Kann man dann sogar mit so einem MIDI-Controller machen. Dann hat man so vier Rädchen, der es braucht. Aber das mit diesen vier Tasten ist echt super. Und jetzt sagt die Ultraclock 17.50 Uhr. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Fragen und dann sind wir fertig. Da gibt es nochmal eine Frage hinterher. Oder hat noch jemand anders eine Frage? Wurde das aufgezeichnet? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Es gibt aber einen sehr schönen, also auf dem letzten Kongress haben Ralf und ich auch so eine Stunde aufgenommen. Da geht Ralf einfach nur durch. Wir produzieren jetzt einen Standard-Podcast und geht das von vorne bis hinten durch. Das würde ich allen empfehlen, das zu gucken, weil es ist auch kurz, also nur eine Stunde. Weil andere Videos von Ralf sind dann mal so drei Stunden lang und das ist dann nur die Routing-Matrix. So, da ist noch eine Frage. Mikro, Moment. Hallo? Ja. Sehr schön. Ist irgendwo dokumentiert, wie man Reaper und Ultraschall auf verschiedenen Linux-Distributionen installieren kann? Also es kommt hier die Frage nach Linux. Die Reaper-Version für Linux gibt es schon seit ein paar Jahren als Beta und die war immer nicht komplett. Also da fehlte immer irgendwas Entscheidendes. Deshalb hat Ultraschall sich da noch nie mit beschäftigt, weil es einfach noch nicht ging. Also was weiß ich, da gab es dann noch nicht die Möglichkeit, die Farben zu ändern, jetzt mal als Beispiel. Oder es gab nicht die Möglichkeit, Ton aufzunehmen, sondern es ging erst mal nur Play, so auf diesem, weil es war halt Alpha. Mittlerweile gibt es eine offizielle Linux-Version für Reaper und es gibt auch schon intern ein Bild für irgendeinen, frag mich jetzt nicht, welches Linux, aber offiziell von uns gibt es noch nichts. Wenn dich das aber interessiert, melde dich bei Ralf oder bei mir oder sag Bescheid. Wenn du testen möchtest, super. Also, ja. Okay, danke. Es gibt es, es kommt. Da hinten ist noch hinter dir. Ich habe noch eine Frage zu dem Trimm-Modus. Kann ich quasi einstellen, dass er automatisch an den Null-Linien-Kreuzungen einrastet, damit ich nicht genau die Wave da abschneide, wo möglicherweise noch ein Sound ist? Es gibt, also ich weiß, was du möchtest, das hätte ich auch gerne, gibt es aber, glaube ich, so nicht, weil das Problem ist, es sind nicht immer nur Null-Durchgänge, wenn du da mal reinzoomst, sondern es gibt eine Funktion, dass du sagen kannst, springt zum nächsten Null-Durchgang, kannst du dir auf eine Taste legen, bringt aber meistens nichts. Du willst sowas wie Snap zum nächsten Lautstärke. Ja, genau, da wollte ich, komplett Null ist. Ich habe noch nichts gefunden, was gut funktioniert. Es gibt zum Beispiel so einen automatischen Modus, dass du, also du kannst ein Item nehmen und dann kannst du sagen, schneid alles, was still ist, raus. Okay, ja. Das ist auch super in der Theorie, man kann da alles einstellen, das hat bei mir noch nie funktioniert. Also es geht schneller. Das ist eine andere Funktion. Was ich dir noch empfehlen kann, was ich mache, jetzt verlassen wir das Anfänger-Ding, ich habe mir Folgendes gemacht, in meiner Tastatur, Mausbelegung, habe ich mir gemacht, wenn ich mit Alt irgendwo hinklicke, macht er da einen Schnitt. Und wenn ich mit Shift Alt irgendwo hinklicke, macht er einen Schnitt und löscht das links davon. So bin ich super schnell, während ich hier noch höre, mache ich hier schon, zack, zack, na komm, räume hier auf, da ist eine Lücke, kann weg, was weiß ich, bis da und von da bis da kann weg und so weiter. Aber es gibt nichts, wo du sagst, spring zum nächsten Wort oder so, zumindest nichts, was vernünftig funktioniert. Weil meistens hast du dann doch irgendwie noch Rauschen drin und um diesen Schwellwert zu finden, wo fängt jetzt Sprache an und wo ist noch Rauschen? Ja, das geht leider. Je nachdem, je nachdem, wie die Aufnahme auch ist. Weil das ist leichter und schwerer. In der Praxis geht es schneller, wenn du mit der Maus da reinklickst und sagst, klick es, klick es, Stück rausschneiden, fertig. Okay, danke. Aber wenn du was schnelleres irgendwann mal finden solltest, ich hätte das auch gerne. Okay. Hanna hat noch eine Frage hier vorne. Ist das Programm auch dazu geeignet, Rauschen zu entfernen? Ja. Gibt es einen Equalizer? Ja. Also generell kann ich auch noch kurz vielleicht zeigen, das ist ja eine ausgewachsene Audio-Workstation, dieses Reaper. Das kostet zwar nur irgendwie 70 Euro oder was, man kann es auch unendlich lange erst mal testen. Es gibt also jeden Effekt, den man kaufen kann, kann man da installieren und es sind eine Riesenanzahl Effekte schon dabei. Unter anderem auch ein Rauschfilter und unter anderem auch ein Equalizer. Das zeige ich nochmal ganz kurz. Ich klicke die Spur an, auf den ich jetzt den Effekt machen will, dann gibt es hier unten den Knopf FX. Standardmäßig, wenn wir mit Ultraschall eine neue Spur machen, legen wir den Equalizer und unseren Ultraschall-Dynamics-Effekt schon drauf. Die sind aber nicht an. Wenn ich jetzt ein EQ will, mache ich mir den an. Dann gibt es auch ein paar Presets, zum Beispiel Telefon. Jetzt sehen wir, hier werden so die mittleren Töne angehoben. Jetzt klingt das so wie Blechern wie ein Telefon. Also es gibt ein EQ. Noch ein Tipp, wenn man hier unten auf das Wort ReaEQ doppelklickt, geht ein eigenes Fenster dafür auf und man kann in Ruhe jetzt das einstellen und hat Platz und wenn man fertig ist, sagt man wunderbar, danke. Hier gibt es auch ein Preset für dieses Standard-Headset und man kann sich da auch selber Presets speichern. Das heißt, wenn man einmal einen coolen Effekt gefunden hat, für seine eigene Sprache, kann ich jetzt hier sagen, keine Ahnung, das ist jetzt, so ist es gut für meine Stimme, dann drücke ich hier oben auf das Plus, Save Preset, gebe dem Namen und dann taucht das in der Liste auf. Es gibt noch Rauscheffekte, gibt es im Sende, geht sehr gut, gibt es auch ein kurzes Video, wo der heißt FIR-Filter, wie der beschrieben ist. Es gibt Hall, es gibt so Stereo-Geschichten, es gibt eigentlich alles. Was noch interessant ist, ist tatsächlich, wenn man keinen Auphonic benutzen will oder kann, den Dynamics-Effekt, gibt es auch ein Video von Ralf, das ist ein Dynamikeffekt, damit kann ich also sagen, leise Teile werden lauter oder ganz leise, wenn es nämlich so rascheln ist oder ich räusper mich und Mittellaute werden laut, damit alles gleich laut ist. Also das ist ein Effekt, der macht, dass es gleich laut ist. Und da gibt es eigentlich nur drei Punkte, die man verstellen kann, nämlich wie leise soll es werden, wo ist die Grenze zwischen Nutzsignal und Rauschen und was ist meine Ziellautheit und im Prinzip könnt ihr euch merken, ihr braucht nur diesen Punkt verschieben. Den braucht man zu 99% nicht verschieben und den braucht man eigentlich zu 100% nicht verschieben, wenn ihr einen Podcast macht, der so wie alle Podcasts von der Lautstärke sein soll. Das heißt, man muss ihn aber, das ist ganz wichtig, das vergessen nämlich auch viele, man muss diesen Effekt für jede Spur einmal einstellen, nach Gehör und gucken, was passiert da. Man kann nicht sagen, wieso, ich habe doch den Effekt drauf gemacht, das geht leider nicht. Weil man nicht weiß, wo ist noch Rauschen, wo fängt Sprache an. Weil wenn ich in einem lauten Hintergrund bin und ich stelle das nur ein Stück zu weit links, wird der Staubsauger total hochgezogen und ist plötzlich laut oder wenn ich spreche, wird es plötzlich zu leise, weil ich den Punkt zu weit rechts habe. Aber der ist gut. Guckt euch den mal an. Da ist noch eine Frage. Ich hatte noch eine Frage zum Exportieren, also zum Rendern. Ich habe oft Folgen, die sind so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ich höre die dann in dreifacher Geschwindigkeit zum Marker setzen. Wenn ich es dann rendere und vergesse, das wieder auf einfache Geschwindigkeit zu stellen. Dann ist es zu schnell gerendert. Dann habe ich es zu schnell gerendert und habe dann auch bei Auphonic übrigens das Problem, dass ich die Fehlermeldung, dass die Chapter-Marker nicht zur Spurlänge passen, kriege ich per E-Mail. Die sehe ich aber nicht, weil natürlich in dem Moment mein Mailprogramm zu müssen. Da gibt es eine ganz einfache Sache, die du machst. Finde ich super. Du machst wahrscheinlich folgendes. Du gehst hier auf Datei, Render. Ja, kommt hin. Cooler wäre aber, wenn du hier unten auf Rendern drückst, weil hier steht nämlich Reset Playback Rate and Render Project. Das ist ja genial. Okay, super. Das heißt, das Problem ist schon lange erkannt und auch behoben. Also entweder gehst du über das Podcast-Menü und sagst hier Render Project. Aber besser ist noch, drück diesen Knopf, weil dann, wir können es ja mal machen hier oben, die Playback Rate steht jetzt auf 1, die stelle ich jetzt mal auf 1,5. Wenn ich jetzt hier aber den Knopf drücke, bam, steht es auch wieder auf 1. Grandios. Haha. Danke. So, ich glaube Mittag, nee, Abendbrot. Das andere Mittag. Gut, dann viel Spaß mit Ultraschall. Wenn ihr Fragen habt, wir machen Eternal Ultraschall Support hier. Meo läuft hier irgendwo rum, ich laufe rum. Tim läuft rum, genau. Tim hinten, Tim süß. ist auch ein bisschen fortgeschrittener. Also wenn ihr fortgeschrittene Themen habt, auch ruhig Tim fragen. Genau. Danke.